Es ist Englisch oder Deutsch? Ich kenn das Wort nicht. Es ist Englisch. Ich kenn das Wort nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann nix machen. Das ist das erste Mal, dass ich mit Leuten... Das Wort ist Breathering. Was ist Breathering? Hört? Keine Ahnung. Breathering. Bratiering. Das ist echt Deutsch.